Was verursacht ein Blutgefäß im Auge? Ein geplatztes Blutgefäß im Auge, wissenschaftlich als subkonjunktive Blutung bekannt, ist ein relativ häufiges und harmloses Ereignis. Verschiedene Probleme können dazu führen, dass dies passiert, wie Trauma und schwere Anspannung, einschließlich Niesen. Dies kann auch durch Druckänderungen sowie bestimmte Infektionen und Krankheiten verursacht werden. Wenn ein Blutgefäß im Auge bricht oder die Wände des Gefäßes reißen, tritt es normalerweise in der Bindehaut auf, der klaren Membran, die das Auge umgibt. Wenn eine Kapillare oder ein Blutgefäß in diesem Bereich platzt, wird das Blut normalerweise zwischen der klaren Oberfläche des Auges und dem weißen Teil des Auges, der sogenannten Sklera, eingeschlossen. Ein roter Punkt, der entweder klein oder groß sein kann, ist oft die Folge. Augentrauma ist eine der häufigsten Ursachen für ein geplatztes Blutgefäß im Auge. Dies kann passieren, wenn etwas das Auge sanft stößt oder stößt. Es kann auch vorkommen, wenn etwas in das Auge gelangt, wie ZB ein Sandkorn, und wenn das Auge zu stark gerieben wird, wenn dies geschieht, kann es auch zu Venenblasen kommen. Eine weitere sehr häufige Ursache ist die Anstrengung. Ein zu starkes Niesen oder Husten kann zum Platzen einer Kapillare des Blutgefäßes führen. Dies kann auch passieren, wenn sich eine Person gewaltsam erbricht oder etwas Schweres anhebt. Sowohl eine Mutter als auch ein Kind können während der Geburt ein geplatztes Blutgefäß im Auge bekommen. Bei der Mutter wird dies in der Regel durch die Belastung der Entbindung verursacht. Es wird angenommen, dass ein gebrochenes Augengefäß bei einem Neugeborenen durch Druckänderungen verursacht wird, die auftreten, wenn der Säugling aus der Gebärmutter geschoben wird. Viele Augenerkrankungen können auch dazu führen, dass ein Blutgefäß im Auge platzt, Konjunktivitis und Allergien sind zwei häufige Beispiele dafür. Diese Bedingungen können dazu führen, dass die Wände der Blutgefäße und der Kapillaren schwächer werden, was zu einer subkonjunktivalen Blutung führt. Chronische Krankheiten können ebenfalls schuld sein. Zum Beispiel ist dieser Zustand oft mit Hypertonie oder Bluthochdruck verbunden. Einige Medikamente, die zur Behandlung von Bluthochdruck eingesetzt werden, insbesondere Blutverdünner, können eine Person dem Risiko bersten, dass sie Blutgefäße im Auge bildet. Diabetes ist eine weitere chronische Erkrankung, die zum Unterbrechen der Blutgefäße in den Augen führen kann. Patienten mit Diabetes neigen typischerweise dazu, bestimmte Augenerkrankungen zu entwickeln. Wenn diese Krankheit nicht richtig behandelt wird, können Blutgefäße in den Augen dünn und brüchig werden. Dies kann zum Platzen von Blutgefäßen und möglicherweise zu einer Erkrankung führen, die als diabetische Augenerkrankung bekannt ist.